Halliherr, ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu The Walking Death und ja, ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter und sehen uns an, was passiert. Immer noch Episode 5, die Zeit wird noch froh und ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Ich bin echt gespannt und ja, dass jetzt die Tage was ausgefallen ist, das tut mir leid, aber ich war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ja. Wir schauen jetzt einfach mal. Oh Mann, ey. Zusammen gestorben. Nein. Wir gehen. Wir müssen gehen. Ja. Ja. Wir haben so viele Leute gesehen. Ich weiß, warum diese Leute nicht. Ich weiß, warum ich mein Herz schreit. Was ist das Herz schreit, ist nicht dir eine Chance. Das ist was Katja getan hat. Jesus. Ich bin sorry, Kim. Ja. 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 Alles klar. Das tote Paar. Lee. Okay? Ja. Wir gehen einfach mal davon aus, dass die Amputation was gebracht hat, ja. Wir können mit Kenny sprechen. Und ja, gesundheitlich angeschlagen gesagt, Kreislaufprobleme so ein bisschen, aber das ist jetzt eigentlich auch wieder ganz in Ordnung. So, Ben, versau es nicht. Da ist so schön, dass du nur helfen möchtest. So, was haben wir hier, Omid? Was gefunden? Hm. Haben gar nicht erst gekämpft, ne? Also hat Kenny schon recht. Aber ich kann natürlich auch das Pärchen verstehen hier, ne? Kann ich auch, tatsächlich. Ah, schwierige Entscheidung, ne? Hey, Christoph. Vielleicht, wer weiß. Ein Fernseher. Lassen wir uns mal hoffen, dass der Fernseher nicht auf einmal angeht. Das wäre nicht so doll. Ich meine, wir hören die Zombies ja hier schon. So, und der Einarmige darf wieder loslegen. Hm. Geil, oh. Da freut man sich doch. Hm, was haben wir hier? Die Balkontür. Vielleicht können wir über den Balkon entkommen? Ist das eine Möglichkeit? Ja. Na dann. Schauen wir mal. Aufs Dach. Ei, ei, ei. Oh, versuch es ist wert. Natürlich. Ähm, der Einarmige darf wieder. Und ich muss aufpassen, nicht, dass ich hier draufgehe. Habe ich das Gefühl. Oh, wir müssen nichts machen. Yay. Könnte einfach nur die Szene genießen. Los, umid. Sehr schön. Christa. Perfekt. So, Kenny. Oh. Oh, nö. Oh, nö. Ben. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ben, spring! Herzhaft. Oh, nein. Oh, nein. Ben. Fuck. Ben. Lebt er noch? Scheiße. Kenney? Will er, will er ihn retten? Natürlich. Ach, wenn uns was passiert. Ja, wollte ich gerade sagen. Na. Lasst euch nicht von den Zombies beißen. Oh, Gott. Psst. Ich weiß es nicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin okay. Just get me out of here. Psst. Quiet, Ben. Komm, Ben. Ähm. Bei dem Blut, glaube ich, ist es etwas mehr als das... Bei... Schnauze. Ah! Alter. Ben. Oh, nein. Fuckin' hell. Ben, ganz ruhig. Okay. Ganz ruhig. Okay. Alter. Ben. Ah. Oh, Gott. Oh, fuck. Oh nein, 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 nein! Die Genni, du jetzt nicht! Das ist seine größte Angst! Nein! Scheiße, nein! Nein, 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 Ben! Ben! Oh nein! Wir können ihn nicht erlassen! Auch wenn er jede Menge Scheiß gemacht hat, aber das... Nein! Komm, Genni! Alter, ey, was... Oh nein! Ähm... Was jetzt? Was? Kenny? Kenny! Äh... Äh... Nein! Ich bin euch doch nicht... Nein! Nein! Na, Kenny! Was... 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 Du hast mir mal einen Kugel! Nein! Ist es nicht! Noo, Ken! Noo, it's not! It's just something I gotta do! You know that! Kenny! Nein! Alter... Wo willst du denn hin? Du hast verloren! INS US! Hu, wo willst du denn? Jeremy! Du campus! Oh, 레니다! Danke, du... hingine... i... Dieses... ... PK! Die? Äh, 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 äh. Was? Die... Die essen nicht. Die essen nicht. Die Zombies haben nicht gegessen. Es... Es kann die entkommen. Ins Haus rein. Äh, sie sind nicht tot. Nein! Kini kann nicht tot sein. Hä? Alter. Doch, nicht Kenny! Ben! Oh, Gott. Ich glaub, Kenny hat Ben erledigt, oder? Glaub ich schon. Na. Ja. Oh, Gott. Ja, aber doch. Alter, was ist das für eine Episode, ey? Das gibt's doch nicht, ey. Alter Falter... Oh Gott. Äh, ich glaub nicht, dass Kenny tot ist. Ganz im Ernst. Und was? No? Nett. Mehr kannst du auch nicht machen. Oh Gott. Ich will nicht noch einen Ben-Vorfall. Sind wir mal ehrlich, Ben hat jede Menge Scheiße gebaut, aber so ein Ende aufgespießt und von Zombies gebissen werden, das hat... Nee, das hat keiner verdient. Absolut. Oh. Aber ich glaub nicht, dass Kenny tot ist. Nein! Die haben doch nichts... Die haben doch nicht gegessen. Nein! Ich glaub nicht, dass... Nee. Nein! Oh. Und jetzt fällt irgendeiner durch die Decke. Das wär's noch. Das wär der Overkill. Das verlieren wir einfach alle für Clem. Die haben ja aufgespiegelt. Dann hätt ich auf sie auffassen könnten. Oder auch nicht. Gott sei Dank. Ähm. Hm. Ernsthaft? Wie wollt ihr da hinkommen? Ja. Ähm. Nishtun? 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 Wir haben nichts mehr zu verlieren, ganz im Ernst. Wir sind schon gebissen worden am Arm ab. Hm, da laufen Zombies ineinander. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte kein Quicktime Event. Bitte kein Quicktime Event! Ich schick dich gleich hier rüber. Oh Gott. Langsam, langsam. Wie gut, dass wir gerade Diät machen. Schnauze in die! Fahr hex ums nicht! Oh Gott. Hast du uns Zombies mitgenommen? Alter, Alter. Wir hängen so rum. Ich sehe das. Was? 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 Das war's. Ich gehe in die Augen. Ich gehe das. Ich gehe in die Augen? Was? Ich muss nur auf der Seite durch die Straße gehen. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah ja, gut. Oh Gott. Lee, du bist wahnsinnig. Du bist ein wahnsinniger Wahnsinnskerl. Oh Gott. Oh Gott, müssen wir uns jetzt echt durch die Zets bewegen? Alter, 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 Alter. Ah, schaut euch diese Scheiße an. Oh mein Gott. Ich habe Gänsehaut. Alter. Alter, wir butchern. Ähm. Alter. Alter, Alter. 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 Liebendich war es die gömbra uns gleich. Alter. 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 Oh fuck, fuck, fuck. Da bin ich ein Pett. Ich war mir nicht sicher, welcher zuerst kommt. Sie sind tot. Oh Gott, ich bin wieder alles in die Form. Bam. Bam. Weiter. Nein, weiter. Weiter. Gott, Hilfe. Gott, Hilfe. Hilfe, das ist so... ey. Ich komm mir noch nicht drauf klar. Der wetzelt alle wieder, wieder. Ey, oh Gott. Alter, lieb. Ähm. Oh mein Gott. Ist das der Wagen? Ist das der Wagen? Oh mein Gott. Ist das... Das ist der 100-Putter-Wagen, oder? Das Haus der Familie Marsch. Errungenschaft freigeschaltet. Oh Leute. Können nur gehen, gerade. Oh Gott ey. Und hier sind keine Zombies drin. Oder was? Und guckt euch Li an. Wie blass er ist. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Absolut nicht. Was zur Hölle ist hier los? Oh Gott, ist doch eine Falle. Ähm. Wer bist du? Hi. Schön für dich. Wo ist Clem? Geh für gleich dein Leben. Verdammte Saftsacke. Clem. Clem. Ey. Nennen sie nicht so. Das ist unsere Kleine. Oh fuck, ist dich, sie auch nur anzufassen. Na. Dürfen wir nichts falsch machen. Nichts falsch machen. Wir müssen an Clem denken. Können wir dich nicht wegkicken? Nein. Verdammt. Oh ey. Verdammt der Rechsack. Ja. 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 Ja, ne? Ernsthaft? Es interessiert mich nicht, gib mir Klemmen! Aha. Kann ich unterschreiben. Schnauze! Nichts über Katja. Wenn du bist so eine Flachpfeife, du hättest auch nichts geholfen. Ist das die Verrückte aus dem Camp? Ja. Ja. Oh Gott. Ja. 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 Bitte? Ja, das ist schlimmer. Woher weißt du das alles? Wir haben sie gerettet, du Flachwichser! Erklär mir, ob das alles erzählt oder wie, oder ist das unser persönlicher Stalker? Natürlich. Sagt der Richtige. Wir haben nichts gestohlen! Oh ja. Wir haben nichts gestohlen. Nein, du kriegst sie nicht, halt die Schnauze! Krankenschwein, nein! Nein! Hat er sie Geburtstag? Oh ja. Das ist klar. Ja. Ja. Es macht Sinn. Es ist nicht passiert. Es ist nicht passiert. Es ist nicht passiert. Ich bin. Ich bin. Und ich werde dich auch mit dir enden wie ich. Ich, uh... Es macht sicher, dass du mir in den Kopf schlägst. Autsch. Ich bin mit ihr und du wirst in den Straßen sterben. Oh. Was hat er da drin? Was zur Hölle? Clem? Oh Gott, wir müssen wieder kämpfen. Ah, wir drücken A, wir drücken A, wir drücken A! Nein, 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 du wirst uns nicht erschießen, du kleine Bastard! Du wirst uns nicht erschießen, nein! Du wirst auch Clem nicht kriegen! Nein! Nein! Kein Weg! Naja! Wir drücken A, wir drücken A, wir drücken A! Los, los, los! Wir drücken A, 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 wir drücken A! Krachen Wichser, ey. Der niemals in den Clem kriegen wird. Was? Was? Oh Gott! Oh Gott! Warum? Warum müssen wir wieder ausfilmen? Warum müssen wir wieder ausfilmen? Nein, 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 nein! Clem! Clem! Oh mein Gott! Sie hat's getan! Clem! Hey! Alles gut! Alles gut! Denk nicht weg uns, wenn du nicht willst. Dieses gut machen. Es geht schön! Was denkst du! Du hastesus gebrochen! Warum? Das ist so schrecklich! Ich hatte ein Erkrank governing. Wir sagen einige simptische zu reden. Du kasten nest nicht gut. Ich weiß, du grüß! Nein, nicht wirklich. Entschuldigung, Lea. Clem, es ist okay. Wir müssen dich irgendwoher, Sam. Und dann müssen wir sprechen, okay? Ja. Alles ist okay, jetzt. Wir müssen uns herausfinden, wie wir aus Savannahen, so schnell wie wir können. Das hast du großartig gemacht, kleine Maus. Oh Gott, wir haben Clem wieder. Und ich möchte jetzt einfach nur gucken, was da drin ist. Hat er seiner Frau den Kopf abgerissen? Alter. Auf keinen Fall. Oh Gott, er wollte eine Familie gründen mit... Alter, ey. Was ein Bastard. Ja, wir haben Clem in Gefahr gebracht, aber nur weil es nicht anders ging. Meine Fresse. Und der Typ, ey, kranke Arsch. Ja, aber brauchen wir nicht noch irgendwie was? Dass wir nicht irgendwie... Ich meine, das sind immer noch viele Zombies. Er hat uns nicht gebissen. Bestimmt. Oh, wir haben Pony da gemützelt. Wie in der TV-Serie? Alter. Dürfen wir den jetzt zerstückeln, oder wie? Können wir nicht den Fremden nehmen? Ja, ich weiß, ich bin gemein. Lass mich. Oh no. Ja, guck lieber weg, Clem. Oh, ey, ich krieg ne Gänsehaut. Oh, ey, wir sind da drin. Aber es ist um Clem zu beschützen, also machen wir das. Oh Gott, ey, ekelhaft. Ekelhaft. Du kannst das Clem. Du bist ganz, ganz stark. Du machst das super toll. Du kannst das super. Das ist nur Ketchup. Ketchup stinkender, schlechter Ketchup. Du kannst das Clem. Ey. Du bist so tapfer, Clem. Du machst das richtig, richtig toll. Nichts, äh, nah dem Mund. Aber es rettet dir das Leben, Liebes. Und das ist das Wichtigste. Wir haben drauf aufgepasst. Ja. Für dich doch, Anna. Na, wie wir es schon von Anfang an machen. Was ist in der Taschenerrungenschaft freigeschaltet? Alter, ich hoffe, es hängt nicht an zu regnen an. Müssen wir jetzt irgendwas machen? Leise, leise, leise. Leise, leise. Ganz zu mir auf dem Weg. Gott, das ist mein persönlicher Allentraum. Können wir uns nicht bewegen, irgendwie zur Seite. Ich hab's gerade ausprobiert. Okay, wir können aber stoppen. Clem, was ist los? Clem. Oh nein. Oh nein. Sind das ihre Eltern? Oh nein. Clem. Clem. Oh nein. Lee. Lee. Oh nein. Lee. Oh Gott. Ist das... Nein, oder? Oh Gott. Was ist los? Leben wir noch? Clem. Gott sei Dank. Lee ist im Leben gekommen. Aber das heißt... Es hat nicht geholfen. Oh nein. Gott, guckt euch nicht an. Gott, guckt euch nicht an. Ich weiß nicht. Scheiße. Oh Mann. Wir drücken A, 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 wir spammen wieder einmal A. Oh Gott, Lee. Wir wissen, wie es endet. Das ist nicht gut, Clem. Das ist gar nicht gut. Warum hast du das gemacht? Weil ich bin, Clem. Bitte, nein, nein. Das ist nicht wahr. Ja, das ist. Entschuldigung, Clementine. Ich sollte dich ausführen. Ich kann jetzt. Ich weiß. Oh nein. Oh Gott, Jan. Oh nein. Okay, Leute. So. Stopp. Ich mache einmal eine ganz kurze Aufnahmepause und wir sehen uns dann gleich sofort wieder. Bis gleich.